so ok 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 das haben wir geschafft und insraben 20 von 51 ist ja ganz okay oder wofür sind diese dinger da ne 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 ok ok ach hör auf die kriegen jetzt auch noch richtige runen griffe und griffe ach so ja und scherz sein wie geil ist das denn da seht ihr das steinchen sogar sehr geil einer der gründe weshalb wir die klingen geholt haben wie geil ist das denn das geht aber nicht oder alles klar das geht nicht oder ne ok ich fühle mich gerade wieder so richtig wie der god of war wie kratos also es ist oh mein gott ist das übel ja 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 komisch die dinger leuchten als könnten wir das machen aber offensichtlich nicht also wir kommen hier nicht hoch hier hast du es versperrt richtig was versperrt ok ja 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 Das war's. Mein Gott. Ei, 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 ei. Hellhäscher-Wache. Eine Hellhäscher-Wache, der ein Schild zu nutzen weiß. Sie sind wohl doch nicht ganz so stumpfsinnig. Da bin ich mir nicht so sicher. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil. Der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Oh mein Gott. Das ist ja furchtbar. Meine Giste. Okay. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Ich habe geschlossen, wenn ihr habt. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Dieses Valhalla. Liegt es in Heer? Oh nein, nein. Valhalla ist Teil von Asgard. Nur die würdigen Kulturen langen dorthin. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Heel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die zu krankreich sterben und zu alter. Es ist unehrenhaft alt zu werden. Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Wer vor Alter stirbt, kommt nach Heel. Ernsthaft? Das ist aber ne grausame Welt. Ich freue mich auch nicht, Odin. Gute Frage. Muss das nicht runterkommen oder so? Ach, da geht es hoch. Familien-App Stück 1 von 5. Also gibt es hier auch Sammelgegenstände. Das ist natürlich sehr interessant. Hier kommen wir also ohne Trios gar nicht ran. Dann werden wir also die Welt auch mit ihm nochmal bereisen können. Das freut mich natürlich. Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Was ist das da? Was ist das da? Was ist das da? Was ist das? Was ist das da? Ah, Mann! 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 Nerv, Nerv, Nerv! Ah, Mann! 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 Ah, Mann!